Noch einmal zurück, was ich vorher gesagt habe, wie die meisten Sport-Mineralien gefreint sind, was sind anorganische Mineralien? Nehmen wir zum Beispiel Zentrum, Supradin, Verrocker. Warum nur anorganische Mineralien? Die sind in gelöster Form in Wasser. 5.000 bis 10.000 Mal größer als eine rote Blutzeige. Damit kann es definitiv nie in die Zelle reingehen. Ist vollkommen unmöglich. Ich sage oft zum Spaß, damit kannst du Zelle erschlagen, aber nicht viel. Ich wollte immer sagen, dass die Zelle die Zelle reingehen und nicht die Zelle reingehen. Was hier ungefähr eine Vorstellung hat, was es bedeutet 5.000 bis 10.000 Mal größer als eine Zelle. Oder umgekehrt bei Ionen 7.000 bis 10.000 Mal kleiner als eine Zelle zu sein. Stellt euch vor, diese Box hier ist die Zelle. Und dieses Haus hier ist das Mineral, das anorganische Mineralien. Das ist ungefähr 10.000 Mal größer. Wie willst du dieses Haus in diese Box rein? Ist vollkommen unmöglich. Ein Ion ist genau umgekehrt. Jetzt ist das Haus die Zelle und die Box ist das Ion. Kann man bei der Tür reingehen. Das geht hinein. Das ist wichtig zu verstehen. Weil solange ich das nicht verstehe, kann ich in meiner Mineralienversorgung nichts ändern. Und dann geht es so wie es mir gewesen ist, obwohl ich viele hundert verschiedene Produkte genommen habe, bin ich immer im Mangel an Mineralien. Ich hatte 40 Jahre eine ganz starke Blütenpollenallergie, weil ich 40 Jahre lang eine sehr komplexe Pollenallergie war. Ich habe alle Behandlungen gemacht, die die Medizin anbietet, ohne Erfolg. Sikern. Seit ich das trinke, bin ich beschwerdefrei. Weil der Mangel Mineralien weg ist. Jetzt produziere ich jeden Tag 300 Millionen intelligenter Zellen, heute, morgen, in vier Tagen ist bereits 1,2 Milliarden. Diese hochwertigen Zellen werden mit schwachstellen im Körper dann besser werden. Und so wird eine Nährstoffversorgung. oder wenn ich Leistung bringen will, kann ich diese Leistung schneller und besser erreichen. Und was sehr wichtig ist, ohne Nebenwirkungen. Ich war vor zwei Jahren, äh drei Jahren beim österreichischen Schien National Team. Und habe ich Ihnen das vorgestellt? Am Anfang waren sie ein bisschen skeptisch. Sie wollten, wie viele Profisportler Geld und Ware haben. Ich habe damals gesagt, die Firma Wimmer macht keinen Sponsor. Am Anfang ist Hermann Maier noch gefahren und hat gesagt, Hermann Maier muss es gleich kaufen wie Harald Maier. Aber ich habe Ihnen mal einige Beispiele gebracht. Ich habe ein paar Beispiele gemacht. Zum Beispiel, in 2000 Meter Höhe, 2000 Meter Höhe, 2000 Meter Höhe, ein Sportler, ein Sportler, die gleiche Sauerstoffsetigung wie auf 300 Meter. und wie auch die Oxygen-Szinte. Dann haben wir einen Test gemacht in der Universitätsklinik in Salzburg. Wir haben einen mittelstreckenläufer, mit einem Kölft-Tallfutern, 10x200 Meter gelaufen, an der aneroben Schwelle, bei ihm 192 Puls, mit einer Minute Pause. Nach der siebten Wiederholung hat er eine Dosis wie immer getrunken und hat die letzten drei Wiederholungen bei gleichem Tempo zehn Pulsschläge weniger gehabt. Das bedeutet, fünf Prozent Leistungssteigerung in einer Minute. Der Arzt, der den Test gemacht hat, hat gesagt, es gibt kein Doppingsmittel auf der Welt, wo diese Leistungssteigerung messbar möglich ist. aber das ist kein Doppingsmittel. Das ist kein Doppingsmittel. Als einer der Skirenkfahrer bei der letzten Wind-Olympiade beim Einschreiben für die Olympiade muss man alle Nahrungsergänzungen erhält, und als er das gesagt hat, dass er etwas trinkt, hat der Anti-Doping-Arzt in einem 15 Minuten Vortrag gehalten, ein Doppingsmittel. wie intelligent er ist, denn das ist das einzige Produkt auf der Welt, das definitiv die Leistung steigert, aber kein Doppingsmittel. Die Schifahrer haben alle genommen, sind auf Trainingslager nach Chile geflogen, auf 2300 Meter Höhe, und haben sich einmal subjektiv alles sehr gut gefunden. Aber wir arbeiten auch sehr wissenschaftlich, und wollen auch alles im Blut belegt haben. Und die Schifahrer macht schon seit vielen Jahren einen Test, was den Ammoniakwert im Blut bestimmt. Der Ammoniakwert im Blut sagt etwas aus, für die intracelluläre Energie und den Eiweißstoffwechsel in der Zelle. Das Schifahrer macht sich mit diesen Testen. Die Schifahrer macht sich mit diesen Testen. Die Schifahrer konnten den Wert aber nie wesentlich verbessern. Nach nur drei Wochen mit Wimmer, und die Schifahrer macht sich mit drei Wochen mit Wimmer, die Schifahrer macht sich mit allen die Schifahrer macht sich mit allen und die Schifahrer macht sich mit drei Wochen. Und damit war bestätigt, was ich gesagt habe, und genau das war bestätigt, was ich gesagt habe, Sie Münzen nur ein Trickley oder möglichkeit, und die Schifahrer macht sich mit allen und die Schifahrer machen. Und bereits drei Wochen später waren einige Werte und das dreifache verbessert. Und ein paar Wochen im Moment, in der Zeit war, dass die Schifahrer macht sich mit drei Wochen. Jetzt haben wir immer mehr Sportmannschaften, die das nehmen. Denn es ist ein einfacher Fakt. Wenn ein Sportler aufgrund seiner Intelligenz erkennt, was das Produkt kann und einnimmt, hat er gegenüber seinen Konkurrenten einen Vorteil. In fünf bis acht Jahren, muss er es trinken, weil alle es trinken. Aber dann ist kein Vorteil. Es ist auch ein Grund, warum die meisten Sportler, die es trinken, nichts sagen. Je länger es dauert, bis die anderen verstehen, was diesmal sind, wie lange sie ein bisschen mehr vorhatten. Wir können es jetzt nötnehmen. Wir können unsere Erfahrung machen. Wir können unsere Erfahrungen machen. Echt genau. Wir können unsere Erfahrungen machen. Wir können unsere Erfahrungen machen. Vielen Dank.